hallo liebe modellbahnerinnen modellbahner mein name ist daniel ich bin von spur n teile die eurem online shop für die spur n und holt die champagnerflaschen raus lasst das tisch feuerwerk explodieren fanfaren erschallen es gibt ihn doch lillipot hat ausgeliefert und zwar den dieseltriebwagen 628 mein gott wann wurde der angekündigt 2017 glaube ich auf alle fälle ist er gekommen erstmal jetzt tatsächlich nur in der variante die anderen varianten sollen aber folgen jetzt schauen wir mal ob sich das gelohnt hat so lange auf dieses modell zu warten wir fahren heute hier ausnahmsweise auch digital ja und nicht mit meinem altmodischen kartodrafo weil dann kann ich euch das mit dem licht und so weiter noch viel netter zeigen wir haben einen doppelten einen doppel traktions wollte ich schon sagen wir haben einen zweiteiligen triebwagen der ist aber doppeltraktionsfähig und gleich vorweg der ist nicht trennbar also ihr habt eine fixe verbindung zwischen den beiden teilen ihr könnt die nicht trennen das ist keine sturm für die kupplung die wir sie von pico oder brava oder sowas kennen weil wir nämlich nur einen einzigen decoder brauchen deswegen brauchen wir viele 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 kabel das seht ihr hier auf der unterseite die sind ein bisschen konfus verlegt aber es funktioniert und diese vielen vielen kabel sind halt nicht trennbar dafür brauchen wir nur einen decoder wir den decoder einbaut zeige ich euch gleich da habt ihr auf der rückseite unten einfach nur ein kleines einen batteriekasten oder wasserkasten oder sandkasten ich weiß nicht genau was denn echt drin ist den müsst ihr auf einer seite leicht eindrücken der ist nur eingeklipst zieht ihr nach oben raus dann habt ihr schon die schnittstelle mit dem blindstecker wenn ihr seht ihr habt ihr ordentlich platz also ihr könnt da bestimmt auch einen größeren decoder einbauen apropos decoder und digital den triebwagen gibt es nur analog zum selbst digitalisieren den gibt es auch nicht ab werk mit sound kommen wir zu den vereigenschaften also wirklich sehr schön jetzt schleichen wir hier mal so ein bisschen ihr seht aber ab einer gewissen mindestgeschwindigkeit wo so langsam fährt da ruckelt er so ein bisschen also das ist dann wirklich so als als wäre zu viel spiel im zahnrad und er muss es immer wieder nachholen aber sobald wir auf eine leicht höhere geschwindigkeit gehen also jetzt ein bisschen schneller schleichen ist das ganze zeug schon direkt also wir haben sehr schöne fahreigenschaften auch wenn wir diese ganz kurz ganz niedrige geschichte haben wobei in der richtung ruckelt er jetzt gar nicht seht ihr ja ja gut jetzt fährt er überhaupt nicht mehr wir haben keine stromaussetzer also wir haben eine stromabnahme über die gesamte fläche wir haben das drehgestell das angetriebenes in der mitte also nicht vorne sondern schön mittig dass wir beide teile schön ziehen und schieben also gerade wenn ihr sonne einen leichten höhenschlag oder so was drin habt bei einer anhebung ist es ganz cool dass es eben in der mitte ist und dann nicht ausgehebelt wird wenn es vorne wäre wir haben beleuchtete zuglaufschilder sowohl vorne hinten als auch an den seiten wir haben rot weißes wechsellicht und wir haben innenbeleuchtung schon eingebaut da zeige ich euch auch mal eine detailaufnahme da haben wir meiner meinung nach ein bisschen kritik muss ja immer sein wir deutschen schimpfen ja gern ein bisschen ungleichmäßig das ganze ausgeleuchtet also wenn ich jetzt hier ich lasse mal hier hinfall jetzt mache ich sie mal auch an da ist sie also ich habe ihn noch nicht aufgehabt aber man erkennt dass hier wohl 1 2 3 4 leds verbaut sind 1 2 3 4 5 leds sind verbaut und die strahlen sehr straight nach unten die verteilen sich nicht so schön das ist natürlich jetzt schwierig im video darzustellen ich habe ich da eben eine detailaufnahme gemacht schauen wir mal ob es einigermaßen funktioniert vom druck und detaillierung gibt überhaupt nichts zu meckern der druck ist unglaublich gut es ist sehr sehr fein alles gemacht wir haben auch nicht so einen klassischen fehler den es früher öfter mal gab dass wenn hier erste klasse ist dann wurde es immer nur gedreht und dann ist hier auch noch mal erste klasse nein wir haben wirklich zwei unterschiedliche gehäuse wir haben auch nur hier die erste klasse wir haben sehr viele zuschüssteile noch mal beiliegend und die können wir dann alle montieren die falten belge sind für mich etwas gewöhnungsbedürftig aber so ist es halt wahrscheinlich in echt ich habe euch da auch mal ein detailfoto gemacht man kann da also richtig schön rein sehen also in engen kurven da öffnet sich das schon sehr und wir haben ja auch eine mindestradius von 192 mm angegeben wir haben hier auf der anlage auch zum teil 186 verbaut überhaupt kein problem wunderbar das rot-weiße wechsellicht ist ganz schön weil es scheint eben nicht durch in die führerstände sein ihr könnt dann mit einem next decoder natürlich auch noch das rangierlicht anschalten und lade solche kleinigkeiten was wir bei den eisenbahnen auch nicht immer selbstverständlich ist wir haben eine sehr schöne ausführliche betriebsanleitung dabei da seht ihr unter anderem auch da ist ja sogar schon ein sound decoder verbaut hohoho stimmig ein sound decoder ein lautsprecher ist verbaut ich da der ist unter der inneren richtung der müsste hier drunter sitzen also hier den seht ihr jetzt so nicht ich habe keine sound decoder gerade da ihr wisst ja wie die decoder situation aktuell ist ein bisschen schwierig deswegen kann ich euch da jetzt auch leider nichts vorspielen geschweige denn dass ich ein passendes sound projekt hätte dann haben wir auf der unterseite wenn ihr jetzt sagt ihr wollt nicht dass die innenbeleuchtung leuchtet gibt es auch noch mal so eine kleine schalter serie da könnt ihr einfach die sachen ein und ausschalten und was immer sehr cool ist es gibt auch noch wieder den typischen schaltplan also ihr könnt ganz genau die platinen oder triebwagen schaltung nachvollziehen wenn mal wirklich was kaputt ist wo ihr denn dann eventuell hin müsstet aber jetzt ist es ja eh neu das heißt im zweifel würde ich sagen ich selber dran herum reparieren sondern lieber zu eurem händler beziehungsweise zu mir wenn ich ja hoffentlich euer händler bin kommen wenn wirklich was damit ist aber ansonsten fassen wir mal wieder ganz kurz zusammen wir haben eine ganz tolle detaillierung das warten hat sich schön gelohnt ganz langsam fahren machen wir noch mal hier da kommt es leider zu einem leichten haken ja ich kriege jetzt nicht hin vielleicht gibt sich das auch einfach nach der einfahrtzeit die innenbeleuchtung ist ein bisschen unregelmäßig für meinen geschmack aber sonst fahreigenschaften wir haben keinerlei stromaussetzer ihr könnt wenn ihr das ganze analoge blockbetrieb fahrt auch noch das einstellen dass nur einen teil strom abgenommen wird dass ihr praktisch keine überschneidung im blockbetrieb hat es wurde wirklich ein sehr vieles wieder gedacht das ist ein sehr schönes modell es ist halt ein sehr einfaches modell das ist jetzt nichts wie eine dampflog wo man stundenlang über die detail schwadronieren kann der druck ist sehr schön wir haben eine ganz schön gemachte inneneinrichtung jetzt sieht man dass er ein bisschen duckelt dann haben wir noch einen kleinen kreditpunkt und zwar das habe ich euch hier im video aufgenommen wenn ihr die fahrtrichtung wechselt dann geht das licht ganz kurz aus ob das jetzt wirklich fünf jahre entwicklungszeit gerechtfertigt ist das lasse ich jedem selbst entscheiden es ist ein sehr schönes sehr zeitgemäß das modell mit dem ganzen neuesten technischen schnickschnack mit wunderbaren fahreigenschaften und jetzt glaube ich habe ich mich genug um kopf und kragen geredet jetzt lasse ich ihn noch mal auf voller pulle für euch fahren das ganze digital deswegen dauert es ein bisschen bis er halt auf touren kommt und jetzt verschwindet natürlich im schattenbahnhof da hätte ich auch einfach weiter reden können lassen ihn mal in die andere richtung jetzt haben wir die anfahrtsbezüge und die bremsbezüge das dauert jetzt ein stück aber ist ja auch ganz nett wenn man dann sieht dass er selbst im schattenbahnhof keinerlei probleme macht und wieder nach oben kommt und wenn er oben ist dann hoffentlich auch schon auf voller pulle ja also wir haben eine sehr schöne höchstgeschwindigkeit würde ich sagen wenn euch der 26 von lilliput gefällt dann freue ich mich natürlich auch wenn ihr die produkte bei mir im online shop kauft und nicht nur die videos bei mir anschaut und dann sage ich danke fürs zusehen und tschüss bis zum nächsten mal euer daniel von spur m teile punkt d noch mal das licht an